Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Wir sind heute hier im Berufsbildungsbereich, denn das ist die erste Anlaufstelle, wenn man in die Werkstatt kommt. Kommt mit! So, wir sind jetzt hier im Berufsbildungsbereich und hier werden ganz verschiedene Sachen gemacht. Hier gerade bei Darlene, die macht gerade Sachen für die Firma Beck. Das ist ein Winkelset. Und das ist auch eine unserer Aufgaben, die wir hier machen. So, jetzt geht es natürlich weiter und zwar zu der Miriam. Und sie macht ein Farmen-Set für die Firma Schleich. So, und jetzt kommen wir zu meinem Arbeitsplatz. Jetzt sind wir hier an meinem Arbeitsplatz und hier mache ich die Ohrringe für die Firma Bandspa. So, und hier in diesem Raum finden die ganzen Lehrgänge statt. So, und natürlich kann man hier auch Praktikas machen, damit man auch für sich einen geeigneten Arbeitsplatz findet. So, ich würde sagen aber, das war es von uns. Ich hoffe, euch hat es gefallen, genauso wie es mir gefallen hat. Wenn ihr noch mehr wissen wollt, dann abonniert uns auf Instagram und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss! 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 Musik 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 Bis zum nächsten Mal.